Es gibt Bikes mit Radnarbenmotoren, die sitzen dann entweder im Heck oder teilweise sogar im Vorderrad. Das ist okay, die funktionieren grundsätzlich mal, die sieht man meistens bei günstigeren Bikes und vor allem so im urbanen Pendlerbereich, wo man jetzt auf die Fahrperformance nicht so viel Wert legt. Aber jeder, der ein bisschen sportiver unterwegs ist, auch auf der Straße, also es geht jetzt nicht nur um Mountainbikes, sondern auch um Rennräder, der merkt schnell, wenn das Gewicht nicht mittig ist wie bei einem Mittelmotor und nicht schön tief ist, dann merkt der schnell, das fühlt sich einfach vom Handling nicht gut an, die Performance ist nicht so gut. Also wer eben ein bisschen um Performance geht, und das ist jetzt nicht nur Richtung Profisport gedacht, das ist auch einfach Komfortthema, wenn die Kurvenlage von dem Bike gut ist, wenn sich das gut fährt, der sollte schon eher in Richtung Mittelmotor schauen. Mittelmotoren bringen einfach dieses Gewicht dorthin, wo man es haben will, nämlich in die Mitte des Bikes und schön tief. Und so fühlt sich das Ganze dann einfach runder an als bei einem günstigeren und einfacheren Radnabenmotor. Und dazu kommt noch eine Kleinigkeit, aber wenn man das Bike transportiert und das Vorderrad und das Hinterrad ausbaut, um das Bike ins Auto zu kriegen, das ist bei einem Mittelmotor ganz schnell gemacht, wie bei jedem normalen Fahrrad. Bei einem E-Bike, wo der Motor in den Rädern ist, ist das gleich eine ganz andere Nummer. Da hast du Kabel, die da hingehen, die du oft nur kompliziert abstecken kannst. Da wird das Ganze dann schon zu einer richtigen Bastelei. Und das kann man sich mit einem Mittelmotor sparen.